Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Urheberrecht ist Ausprägung des Schutzes des geistigen Eigentums und die Suche nach der fairen und der richtigen Vergütung für Kreative. Ich beginne mit einem Fall, der folge Woche vom Landgericht München verhandelt wurde. Es geht um den Kameramann des Kinofilms Das Boot, der mit seinen Bildern dafür gesorgt hat, dass einer der erfolgreichsten deutsche Filme entstehen konnte. Und in dem über zehn Jahre langen Rechtsstreit hat der Kameramann erwirkt, dass er über die ursprünglich rein pauschal vereinbarte Vergütung zusätzlich am großen Erfolg des Filmes beteiligt wurde. Ich meine zu Recht. Urheber werden, meine Damen und Herren, häufig mit einer viel zu geringen Pauschalvergütung abgespeist und geben ihre Rechte gegen eine einmalige Geldzahlung aus der Hand. Das ist nicht fair und widerspricht dem Gedanken eines fairen Ausgleichs. Das werden wir in Zukunft ändern. Und ja, der Kameramann hat durch den Rechtsstreit Erlöse erzielt in einer Höhe, von der die allermeisten Kreativen in diesem Lande nur träumen können. Das will ich nicht bestreiten. Aber viele andere Kreative in Deutschland erzielen durch ihre Werke nur sehr geringe Einkünfte und fürchten um ihr Überleben und über ihre Folgeaufträge. Und deswegen kann es auch nicht sein, dass sie davor zurückschrecken, ihre fairen Vergütungsansprüche einzufordern, weil sie Angst haben, auf einer Liste zu landen, die nicht mehr beauftragt wird. Auch das werden wir ändern. Denn wer sein Recht einfordert, muss nicht darunter leiden dürfen. Wir werden auch, meine Damen und Herren, über das Rückrufrecht im Bereich der Urheber und der Autoren reden. Der ursprüngliche Vorschlag sah ein Rückrufrecht bereits nach fünf Jahren vor. Das wird der Lebensrealität gerade auch im Bereich des Buchhandels nicht gerecht. Gerade kleinere Verlage leben davon, dass sie viele Autoren unter Vertrag nehmen. Und es ist natürlich eine Mischkalkulation, dass ein Roman und ein Gedichtbad nicht so gut läuft, ein anderer läuft gut. Aber insgesamt, unabhängig von der Auflage, tragen die Autoren zu einem reichen literarischen Leben bei. Und deswegen sollten wir auch auf diese Belange Rücksicht nehmen. Und deswegen werden wir das Rückrufrecht nicht nach fünf Jahren zulassen, sondern es ist gut, dass wir zumindest über zehn Jahre reden. Das ist auch eine faire Verteilung der Risiken und der Chancen. Und meine Damen und Herren, wir werden auch mit der Reform des Urhebervertragsrechts erstmals ein jährliches Auskunftsrecht für Urheber einführen und gesetzlich verankern. Denn nur wer weiß, wie häufig sein Werk tatsächlich genutzt wird, kann auch seine Rechte gelten machen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir stärken die Inhaber der Rechte und setzen dabei aber auf einen fairen Ausgleich. Denn es ist nicht in unserem Sinne, dass wir Verleger und Intermediäre gegeneinander ausspielen, sondern wir wissen, dass beispielsweise Verlage und Autoren letzten Endes im gleichen Boot sitzen. Dass Verlage die Autoren brauchen, die die kreativen Werke entstehen lassen, dass aber auch die Autoren angewiesen sind, dass es die Verlage gibt, die ihre Werke verbreiten. Und diese Kooperation ist der beste Weg, wie man fair und gerecht den Preis verhandelt. Und deswegen werden wir daran festhalten. Wir wollen durch das Gesetzgebungsverfahren die Hoffnung von vielen Kreativen erfüllen, dass sich ihre Rechte verbessern und dass sich ihre Mühen auch lohnen, weil Kreative von ihrer Arbeit auch leben müssen. Und deswegen sei mir zum Schluss der Debatte noch ein grundsätzlicher Gedanke gestattet. Egal ob Musik beispielsweise auf Schallplatte, auf CD, auf Kassette oder über Streaming verbreitet wird. Egal ob Sie ein literarisches Werk oder einen Film auf Ihrem iPad, am Fernseher oder im Kino sehen. Kunst und Kultur, meine Damen und Herren, Werke von Kreativen sind in diesem Land nicht allein an den Kategorien von Kosten und Nutzen zu messen. Sie geben insgesamt einer Gesellschaft einen sinnstiftenden Wert an sich. Und deswegen müssen Kreative, die dieser Gesellschaft einen Mehrwert schaffen, auch von ihrer Arbeit leben können. Und deswegen, meine Damen und Herren, wer sich als Kulturnation begreift und das lebt, muss das Urheberrecht sehr klug und sehr bedacht regeln. Das werden wir tun. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Volker Ullrich. Vielen Dank. Vielen Dank.